Brauchen Rinder bald Schwimmflügel? Oder hier, kann man hier bald tauchen gehen? Das sind so Fragen. Also ich mache mir schon Gedanken über den Klimawandel. Ja, man fragt sich schon, was so passiert in Bremen und in Oldenburg. Wird da eigentlich überhaupt geforscht? Na klar, wird geforscht seit 2009 und intensiv im Projekt, hier haben wir das Logo, Nordwest 2050. Forscher der Universitäten Bremen und Oldenburg, der Hochschule Bremen und anderer Einrichtungen beschäftigen sich mit der Frage, was der Klimawandel macht mit der Metropolregion Bremen-Oldenburg. Welche Auswirkungen hat der Klimawandel für den Tourismus oder für unsere Gesundheit? Wie müssen Industrie und Handel auf die Klimaveränderungen reagieren? Was können Landwirte tun? Das sind Fragen, die sich ja stellen. Was kann man tun, um für die Folgen des Klimawandels in Zukunft gewappnet zu sein? Den Küstenschutz verbessern zum Beispiel, damit wir nicht absaufen? Was für ein erfreuliches Glück, dass gerade, wo wir uns diese Fragen stellen, einer der Forscher den Film betritt, Stefan Wittig von BioConsult. Und nun wollen wir alle doch erstmal wissen... Kann man schon was sagen über Ergebnisse? So grundsätzlich erstmal. Wir haben rausgekriegt, dass es schon eine Reihe von sehr deutlichen Auswirkungen geben wird, die Handlungsbedarf nach sich ziehen, dass die Temperatur ansteigt, dass die Sommer trockener werden, dass die Winter wärmer und feuchter werden, dass es zu mehr extremen Regenereignissen kommen kann, zusätzlich auch zu Hitzeextremen, dass aber auf der anderen Seite die Gesellschaft in der Lage ist, mit einer ganzen Reihe von Auswirkungen noch umzugehen, so dass es nicht sinnvoll ist und nicht notwendig ist, in Panik zu verfallen. Es gibt in einigen Bereichen Anpassungsbestrebungen, die begonnen wurden, so dass insgesamt gesagt werden kann, dass der Klimawandel auf eine mittelfristige Sicht beherrschbar ist. Ja, dann danke ich Ihnen und würde Sie bitten, mal aus dem Bild zu gehen. Äh, denn das Bild brauchen wir für unsere kurze erste Zusammenfassung. Also, aussichtslos ist die Lage nicht, aber es wird schon deutliche Veränderungen geben. Gerade Extremwetterereignisse wie Starkregen, Hitzeperioden oder Sturmfluten können heftiger ausfallen. Kurz, auf jeden Fall besteht in vielen gesellschaftlichen Bereichen Handlungsbedarf. Schwimmflügel werden Kühe nicht brauchen und tauchen wird man hier auch nicht kennen. Aber handeln müssen wir trotzdem. Das war ja schon mal ganz interessant. Da sind wir mal gespannt auf die nächsten Filme. Genau, und in den nächsten Filmen gehen wir dann ins Detail. Biolandwirt Herr Freese wird uns konkret zeigen, was er tut, um mit Extremwetterlagen besser zurecht zu kommen. Oder der hier, Herr Stamja, wird uns erklären, was Flächenkonkurrenzen sind und wieso die sich zuspitzen werden. Das wird alles spannend und interessant. Freuen wir uns also gemeinsam auf die nächsten Filme übers Projekt Nordwest 2050. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.